Keiner der beiden Kämpfer gibt auf und Rocky hat mit seiner wilden Entschlossenheit die Menge hier im Stadion auf seine Seite gebracht. Haben Sie sowas schon mal erlebt, Ernst? Das ist einfach unglaublich. Ich habe mich nicht mehr. Die Fünfzenter, die noch, dann hast du's überstanden. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Das ist deine Runde. Du bist im Überlegen, du denkst an und hörst nicht mehr auf. Deine ganze Stärke, dein ganzer Glaube, deine ganze Liebe, gib alles was du hast. Ich habe mich nicht mehr aufhalten, du bist so. Prügel auf den russischen Affen ein, bis du nicht mehr prügeln kannst. Das hier verändert dein ganzes Leben. Weg den Verlangen, Rocco. Und zwar jetzt was? Jetzt! Und da führt wieder der Bon. Der Kampf geht weiter. Das ist die letzte Runde. Du wirst erledigen. Wer von diesen beiden hervorragenden Boxern wird am Schluss dieser Runde noch auf den Beinen stehen? Rocco, komm mit deiner linken Geraden durch. Und noch einmal. Und da schon wieder. Rocco bezieht furchtbar in Brügel. Er muss einiges einstecken. Jetzt muss er sich nicht total erschöpfen. Wer ist es, Rocco? Kämpfer! Wo warst du, Mann? Na schon, Rocco. Hau ihm an's mal. Ja, guck mal. Ja, komm. Zeig ihm! Zeig ihm! Prügel ihm, die Schweine händen dich, Rocco. Ja, komm. Er macht ihn fertig. Rocco Valboa metzelt den Russen nieder. Rocco lässt ein paar wunderbare Schlagkombinationen aus seinem Gegner los. Aber Drago lässt sich nach. Er schießt eine harte rechte. Und eine linke. Und wieder eine rechte. Du bist raus aus der Ecke. Idiot! Hier kann man Technik vergessen. Das ist ein gnadenloser Kampf. Und gewinnen kann nur der, der am meisten will. Was tut er denn jetzt? Er gewinnt. In den Körper. In den Körper. Ist das so? Hau ihm die Birne runter. Ja, hau ihm die Birne runter. Ivan, wait. Jö. Da, geh ich nur. Oh, ich war es nicht. Ja, hör es nicht. Zwei, Ivan. Es geht. Es geht. Es geht. Rocky Balboa hat das Unmögliche möglich gemacht und die Leute liefen ihn, die Jubel ihm zu ein unvergleichliches Ereignis einmal mehr hat Rocky Balboa sich als der wahre Cent erwiesen Ich bin heute Abend hier angetreten, ohne zu wissen, was mich erwartet Ich musste erleben, dass die Menschen mich ablehnten und ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte also kann es schon gut sein, dass ich die Menschen ja auch nicht mochte Während dieses Kampfes hat sich vieles verändert Das, was ihr über mich gedacht habt und das, was ich über euch gedacht habe Heute standen hier zwei große Kämpfer die sich beinahe umgebracht hätten aber ich glaube, das ist besser, als wenn das 20 Millionen tun Ich will damit nur erklären Wenn ich mich ändern kann Dann könnt ihr euch auch ändern Dann muss ich auch die ganze Welt ändern Ich möchte noch loswerden eine Nachricht für meinen Sohn, der jetzt zu Hause in seinem Bett liegen sollte Fröhliche Weihnachten, Junge Ich liebe dich! Ich liebe dich!